Viele von Ihnen kennen den Zacharias, verfolgen ihn durch das Jahr und sind immer schon ganz gespannt auf die Ergebnisse der Jury-Sitzung und die finalen Preisträger. Diejenigen unter Ihnen, die den Zacharias-Preis nicht kennen, das ist er. 7 kg pure Bronze, einer der renommiertesten und begehrtesten Preise des Backhandwerks im deutschsprachigen Raum. CSM Deutschland verleiht diesen Preis an Unternehmen, Innungen und Verbände des Backhandwerks für außergewöhnliche, erfolgreiche und tolle Marketing- und PR-Konzepte rund um handwerkliche Backwaren. Haben auch Sie solch ein erfolgreiches Konzept umgesetzt und möchten Sie in diesem Jahr diesen Preis gewinnen, den Zacharias-Preis 2021? Dann bewerben Sie sich bis zum 31. Mai bei uns. Informationen und Details zu Ihrer Bewerbung finden Sie auch unter zacharias-preis.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.